Ja, aber Daki, was mache ich jetzt mit dieser Grafikkarte? Mit dieser wunderbaren Grafikkarte? Kein Problem, Sie haben dieses Manual, dieses Quick Installation Guide. That's it, wir sind international. Shit, Marti, Jodi, Godzilla. Au. Oh fuck, okay. Was haben wir Schönes? Oh fuck. Hier, hier, für euch, ey. Brauch ich nicht. Wollt ihr haben? Ey, shh, shh, alles wird gut. Wir haben, wir haben. LEDs. Oh my, oh my fucking God. LED's. Wir haben. That's it. Wir haben LEDs. Ich brauche Müller nach. Nimm den Müller. Okay, okay. Wir haben, wir haben. Noch mehr. Wir haben, wir haben LEDs. Wir haben, wir haben eine Trackstore. Shit to the shit. SSD. Fuck. Guck mal, wie die Jacke, die weiße, shit to the, oh. Okay, wir haben. Uh, nice. Arctic Liquid Freezer, 240 Motherfuck. Oh shit. That's nice. Nice. Und, und, Freunde, Freunde, Freunde. That's it. Der 6700 fucking bitch. Und der kleinen Nutte wird richtig Feuer gemacht. Da ist er. Da ist er. Der kriegt richtig Lack. Der kriegt Fies Lack. That's fucking Unpacking Deluxe. Mauspad. Ey, man braucht ein Mauspad. Siehst du, ich habe ja auch ein Mauspad. Fuck. Und die Maus. Man braucht auch eine Maus. Ihr seht, that's, man, Freunde, ein Unpacking. Ohne Scheiß, hier. Ihr seht das. Ich halte es euch extra in die Kamera. Man kann hinten den Verschluss öffnen. Wunderschöner Verschluss von Logitech. Und dann zieht man das hier einfach hoch. Freunde, aufklappen. Hier. Der Aufhängen-Nippel ist da drin verklebt. Das hat man noch nicht gesehen. Man schüttelt ein wenig. Und man hat sofort die Maus. Unglaublich. Logitech, eure Verpackung ist eine mit der besten. Dankeschön, Logitech. Sponsoring? Nein. Darum fuck you. Ha, okay. Wir können das hier auch aufsehen wie QVC. Ist mir egal. Wenn ihr, wir können fucking QVC machen. Wir machen, okay, okay. Und was haben wir noch? Und wenn sie jetzt anrufen unter 0800, fog fog to the fog, bekommen sie zu dem i7 ein AS-Rock Extreme 4 dabei. Unglaublich. Und das ist noch nicht genug. Zu dem Extreme 4 haben wir exklusiv für sie, für die ersten 5 Anrufe. Für die ersten 5 Anrufe haben wir ganz exklusiv eine, unglaublich, aber wirklich wahr, eine Palette Super Shit Stream to the Shit. Die ist einfach zu groß für den GTX von der GTX 1070. Overclocked. Und da geht noch mehr. Man kann. Unglaublich. Man kann. Nicht nur. Ja, wir haben CPU, GPU, Motherboard, Kühler. Was fehlt? Ganz genau. Wir haben sogar schon die SSD, aber was fehlt noch? Eine Festplatte. Eine, eine, eine Festplatte. Wie sieht die aus? Wunderschön verpackt. Eine Western Digital Blue. Ein Terabyte. Ganz genau. Ein Terabyte für eure schmutzigen kleinen Hobbys. Okay. Was haben wir noch? Was haben wir? Eine WLAN-Karte. Der Kollege hat noch kein Ladkabel in seinem Zimmer. Darum erstmal vorüber gehen. Eine WLAN-Karte. Und 300 Megabits. Drei unglaubliche 300 Megabits Shit. Und es ist, wir haben noch mehr. Wenn Sie, das bekommen Sie alles. Wenn Sie anrufen. Das hier alles. Alles. Bekommen Sie. Wenn Sie jetzt anrufen. Aber es ist noch nicht fertig. Wir haben noch viel mehr. Wir haben noch. Ein Blue Way Brenner. Ein BH16 LS von Elm Shit. That's fucking awesome. Oh my god. Jack. What's about the shit? I don't know. Fuck. Und es ist noch. Wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr. Freunde. Ihr wisst, was fehlt. Um wirklich den Computer zu starten, brauchen wir ganz genau. Wir brauchen 16 Gigabyte DDR4 2400er Taktung mit einem CL15. Die Timings super schnell. Man kann sagen, was man will. Aber wirklich ohne Scheiß. Ohne Sponsoring. Ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Aber um die Krönung aufzusetzen. Der Erste, der die Frage weiß, was läuft gerade im Fernsehen. Die WM auf dem Mond oder die Olympiade in Brasilien. Wer diese Frage beantworten kann, der hat ganz genau, hat ein 550 Watt Netzteil von Corsair gewonnen. Die VS Serie. Das ist, ich fass es nicht. Ich fass es einfach. Aber, was sollen wir dazu noch sagen? Was sollen wir dazu noch sagen? Das ist das Komplette. Bekommen Sie, wenn Sie anrufen und die Frage wissen. Aber, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Nein, es ist noch nicht vorbei. Oh mein Gott. Die Telefonschips glühen. Aber, Freunde, wir haben noch mehr. Wir haben noch fucking mehr. Oh, ein Moment. Wir haben ein Corsair Spec 2. Unglaublich. Unglaublich. Rote LEDs. Man kann den Computer sehen. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Man kann den Computer sehen. Man kann den Computer anschalten. Gehäuse außen ist schwarz. Innen ist schwarz. Rot beleuchtet. Mit Fenster. Mit Shit to the... Unglaublich. Wenn jetzt einer einschaltet, die denken alle, fuck, was ist mit dir kaputt, Junge. Unglaublich. Wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie das ganze Paket. Für unglaublich. Halten Sie sich fest. 5.999.99. That's it. Die Telefonhörer sind frei. Rufen Sie jetzt an. Rufen Sie jetzt an. Es ist Ihre Chance. Hallo? Mama? Ja. 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 Nein. Du bekommst das nicht. Nein. Nein. Die WM ist nicht auf dem Mond. Nein. 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 Oma braucht... Nein. Nein. Ist... Okay. Ja. Die Telefonhörer sind frei. Sie können jetzt anrufen. Warum stehe ich eigentlich? Warum stehe ich? Ich bin nervös. Das ist... Wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr. Die Regie hat gerade angerufen. Wir haben noch mehr. Wir haben... Wir haben... Wir haben... noch richtig schön... Powergrain. Los. Du... Du musst atmen. Der Computer muss atmen. That's it. Du bist... im Overwatch drin. Wieso bin ich im Overwatch? Echt? Nein. Oh. Shit. Ha. Wait. Und wir haben... Wenn es klappt... Sogar noch eine Lüftersteuerung. Eine... Fuck. Eine Lüftersteuerung. Und... Kabel. Bunte Kabelbinder. Unglaublich bunte Kabel... Bunte Kabelbinder. Wo gibt es so etwas? Wo gibt es noch so etwas? Und das alles für einen absoluten Spitzenpreis. Der absolute Ultra Spitzenpreis. Und ihr alle denkt nur... Fuck. Halt die Fresse, Mann. Nein. Wir können nicht aufhören. Wir haben nichts mehr. Wir... Wir packen das Gehäuse aus. Und sehen es uns gemeinsam mal an. Shit. Du den ganzen Shit hier mal weg. Oh. Wir machen gleich richtig Unboxing. Fuck. Dann wird bestimmt auf YouTube richtig zwei Klicks... Und vielleicht auch drei Klicks. Das ist... Na. Nice. Okay. Pack erstmal alles hier wieder weg. Du bist... Du bist... Stimmt. Oh. Das ist... Das brauchen wir nicht. Das... Das... Oh mein... Oh mein... Ganze... 480 Gigabyte SSD Speicher. Gib ihm. Ich will auch so einen cool Computer. Nicht gegen meinen. Der ist auch gut. Aber trotzdem. Shit. That's it. Schick mir dein Geld. Ich baue den zusammen. Ich schicke den dir. Ey. Und der Buddy? Okay. Wir... That's it. That's it. Das ist dein Messer. Das Messer. Bekommen Sie. Es ist scharf. Ich probiere es nicht aus. Aber glaubt. Das ist scharf. Das... Das... Das ist scharf. Das ist scharf. Und mit diesem Messer, ja, können Sie nicht nur Ihre Frau verteidigen. Nein. Sie können nicht nur Wild jagen. Oder Dosen öffnen. Chipsverpackung. Nein. Sie können sogar Verpackungen öffnen. Verpackungen. Wie zum Beispiel von den ganzen Bauteilen. Wir haben an alles gedacht. Wir haben an alles gedacht. Ho. Wir packen das Gehäuse aus. Yes. Okay. Okay. Wir packen das Gehäuse aus. Schnipp. Schnipp. Rappzapp. Da ist das Ding offen. Ich fass es nicht. So scharf ist das Messer. So scharf ist das Messer. Und ich will Sie nicht verarschen. Gucken Sie. Gucken. Das ist ein Computergehäuse. Das ist unglaublich. Aber das nennt man wenig Computergehäuse. Ich muss sie mal besuchen. Vor allem wegen meinen Socken. Shit. You see my socks? Oh ja. Dankeschön. Auch YOLO PF wenn. Keine Ahnung. That motherfu. Oh my goodness. Das ist ein wirklich riesengroßes. Nein. Ultragroßes Computergehäuse. Ich fass es nicht. Ich fass es absolut nicht. Man sieht hier. Ich hab nicht. Wo ist es? Da. Speck. Speck. Und. Kein Support vom Hersteller. Kein Support. Kein gar nichts. Alles. Hier raus. Alles. Genau hier raus. Alleine. Nur für euch. Nur für euch. Okay. Wir packen aus. Wir packen. Shit. Wir packen aus. Shit. Das ist aber echt strange. Oh. Oh. Okay. Okay. 1 ist ab. Ich dreh um. Damit ihr sehen könnt. You see it? Nice. Oh. Nice. Oh. Nice. Oh. Okay. Wir machen weiter. Wir machen. Das untere noch. Er quietscht. Der Computer schreit. Der Computer sagt. Bau mich zusammen. Ich kann nicht mehr. Bau mich zusammen. Das ist einfach unfassbar. Nein. Nein. Oh shit. Okay. Wir streifen ganz vorsichtig die Folie ab. Ihr müsst dabei bedenken. Die haben Gefühle. Ihr müsst vorsichtig sein. Mit. Ihr müsst streicheln. Ihr müsst euren Kopf drauflegen. Ihr müsst Küsschen geben. Ihr wisst nicht, wo er herkommt. Aber. Ihr müsst ihm. Ihr müsst ihm. Ihr müsst ihm sagen, dass er jetzt zu Hause ist. Dass er endlich angekommen ist. Und seine lange Reise vorbei ist. Ihr müsst ihm. Ihr müsst ihm. Vertrauen schenken. Steak Bundle. Danke fürs Vorbeischauen. Bis demnächst. Und. Das ist es. Das ist er. That's fucking it. Unbelievable. Und. Er hat nicht nur. Ein USB 3. Er hat. Zwei USB 3. Ganz genau. Ganz genau. Okay. Okay. Freunde. Ich guck schon mal rein. Und ich kann euch versichern. Er traut sich. Er traut sich vor euch. Sein Kleidchen fallen zu lassen. Ich drehe ihn langsam auf. Ganz langsam. Ich drehe ihn ganz langsam auf. Ihr könnt. Ihr könnt mir vertrauen. Ich mach es vorsichtig. Nur für euch. Ganz vorsichtig. Mit viel Liebe. Viel. Inbrunst. Herzblut. Er ist offen. Okay. Okay. Freunde. Freunde. Ihr müsst. Ihr müsst glauben. Ihr müsst. Zusammen können wir es schaffen. Drei. Zwei. Eins. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist offen. Er ist. Wirklich offen. Das Gehäuse kann man öffnen. Das Gehäuse kann man öffnen. Was ist in der Box. Was ist in der Box. Es sind Zeichen drauf. Es sind Zeichen drauf. Ich weiß nicht aus. Ich weiß nicht welche Sprache. Aber es sind Zeichen drauf. Könnten außerirdisch sein. Wir gucken nach. Wir gucken nach. Vorsichtig. Sie ist offen. Sie ist offen. Ich muss das hier machen. Damit ihr sehen könnt. Was ich mache. Sie ist offen. Sie ist offen. Und. Sorry. dass die Webcam nicht Full HD hat. Die hat nur 720. Da war meine erste Webcam. Ich schaffte jetzt keine. Und. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr. Guckt rein. Guckt rein. Da ist was drin. Tütchen. A lot. A lot of Tütchen. Kabelbinder. Schrauben. Abstandshalter. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Dieser Hersteller. Hat. Bei allem. Mitgedacht. Wenn man. Die Dinger. Betreiben will. Braucht man Strom. Was liefert Strom. Kabel. Womit macht man die Kabel. Wo tut man die Kabel hin. Die kann man schlecht um den Finger binden. Den braucht man noch. Kabelbinder. Ganz genau. Und. Wie bekommt man etwas fest. Wie. Tesafilm. Ja. Hält nicht gut. Sekundenkleber. Könnte klappen. Man weiß es nicht. Nein. Er hat Schrauben dabei gepackt. Und. Nicht nur. Nicht nur. Schrauben. Fürs. Motherboard. Nein. Schrauben. Für die Lüfter. Lange Schrauben. Für. Keine Ahnung. Für oben. Für den Radiator. Ich weiß es nicht. Das ist unglaublich. Ich bin. Ich bin. Ich bin fast. Ich bin. Nicht fast. Ich bin fast. Ich bin schwach. Ich bin. Fucking schwach. Und. Habt ihr gesehen. Wie. Wie leicht ist das. Hier. Für euch nochmal. Unglaublich. Und. Ich weiß es nicht. Und wenn sie jetzt anrufen. Bekommen sie das ganze Paket. Jetzt zugeschickt. P-Express. Es ist morgen da. Versprochen. Das ist dein absolutes. Q-Y-P-Versprechen. Qualität. Jahrelang. Ist. Keine Ahnung. Shit. Oh. Ha. Ist das. Das ist unglaublich. Das ist. Ich bin. Ich bin den Tränen nah. Ich bin wirklich den Tränen nah. Und. Ich weiß nicht warum. Aber es gibt Zuschauer. Die schalten wirklich weg. Ich weiß nicht warum. Aber. Ich bin. Ich bin sprachlos. So was tolles. So. So was tolles. Was. Da schaltet man doch nicht weg. Ich. Ich bin fast. Ich bin. Okay. Okay. Der kommt erstmal weg. Der kommt. Der bleibt jetzt. Der bleibt jetzt erstmal da stehen. Freunde. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir machen. Wir machen fucking weiter. Ohne Scheiß. Das wäre das geilste Unboxing auf YouTube. Das wäre das geilste Unboxing auf YouTube. Motherfucker. Schneidet das einer mit. Ihr müsst. Das ist unglaublich. Das ist. Unglaublich. Wir. Wenn das auf YouTube rauskommt. Wir sind. Die absoluten. Scheißegal. Wir haben Musik im Hintergrund erlaufen. Geh mal. Ich habe keine Ahnung. Aber. Das wird klappen. Und. Ich sehe gerade. Instagram Anfragen. Instagram. Hab ich. Ja. Und auf Instagram. Werden Fotos gepostet. Ich weiß noch nicht welche. Aber ich werde welche finden. Ich werde. Und. Freunde. Das Messer. Was ihr dazu geschickt bekommt. Nein. Nicht ablecken. Vorsicht. Packt es drei Meter weg von euren Kindern. Und von eurer Frau. Sonst seid ihr. Ich meine nur. Okay. Das. Das hier. Focus. Okay. Das hier. Freunde. Ist ein. W. W. O. F. Das ist ein. I7. 6700K. W. 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 Wof. 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 Das ist. Was. Was soll ich dazu sagen. Ein. Das W. 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 Ja. Hört genau zu. Steht für. Without. Fucking. Fan. Ja. Da ist. Nicht. Nicht. Das ihr denkt. Der labert doch. Scheiße. Nein. Dieser, dieser CPU, ich packe ihn für euch aus. Ja, ich packe ihn für euch aus. Seht ihr, seht ihr was, wie das Messer hier durchgeht? Das ist, das ist unglaublich. Ich, ich, ich kriege mich nicht ein. Dieses Unboxing wird den ganzen, wird die ganze Nacht laufen. Dieses Unboxing wird danach wiederholt. Und dieses Unboxing wird danach nochmal wiederholt, damit sie genau, damit sie genau gucken können, was sie gewonnen haben. Und das Gewinnspiel läuft noch bis 24 Uhr 2018, ganz genau. Und was ist hier drin, was ist, was ist in dem E7 drin? Halt den andersrum, was ist hier drin? Unglaublich, aber wir, ein, ich weiß nicht, ob sie es hier sehen können, aber eine, es ist, es ist falsch rum, es ist, es ist einfach falsch rum. Eine, eine Beilage. Fragen sie ihren Arzt oder Apotheker. Ja, ja, genau. Und nicht nur das, nein. Wir haben einen wunderschönen, einen wunderschönen Sticker. Der funkelt, der funkelt blau. Ja, genau. Nicht grün, nicht rot, nicht silber oder gelb-gold. Nein, blau. Wunderschönes Blau, ganz genau. Das ist, das ist, und was ist noch in dieser Verpackung? Oh mein Gott, oh mein Gott, die Spannung steigt. Sehen Sie es sich an. Das ist, ich, ich kann es, ich kann es kaum beschreiben. Aber, man, man hat hier zwei kleine Flügelchen, ja? Hier, zwei kleine Flügelchen, die drückt, die drückt man, nur damit Sie es verstehen. Die drücken wir. Die drücken Sie. Die drücken S auseinander. Also, gerade, dann, mit den beiden anderen Fingern, die noch frei sind, schieben wir die ganze Kappe nach vorne. Man sieht hier, man sieht hier schon einen Spalt, ganz genau. Dieses Spalt, da müssen Sie rein. Schön tief rein. Und dann, leichtes Pressen, ganz genau. Und es löst sich. Und es löst sich. Und was kommt hier vor? Das ist, das ist, er ist, er ist wunderschön. Er ist wunderschön. Er ist mit, mit Aufdruck. Und da steht, Intel R-Core TM i7, i7-6700K, SR2 L0, 4 GHz, L550C 095, E4, ganz genau. Diesen E4 würden Sie bekommen. Was sagt uns das? Gar nichts. Aber, diese 4 GHz sind auf 4 Cores aufgeteilt mit Hyperthreading. Ganz genau. Hyperschwitzen. Hyperthreading. Ganz genau. Dieser CPU schwitzt. Wieso, glaube ich, ist unser Füttel? Ich habe keine Ahnung. Aber, wir, wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir haben den, i7. Ich, 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 ich lege ihn hier hin. Sie können ihn, Sie können ihn sehen. Sie können ihn sehen. Ich nehme ihn nicht weg. Er bleibt für Sie. Er bleibt für Sie hier. Er wartet auf Sie. Ich höre, wie er den Namen von Ihnen ruft. Ich, ich, nur wenn du Clickbait machst. Ich mache ganz sicher Clickbait. Ich hau auf das Thumbnail. Keine Ahnung. Nackte Frauen drauf. Ist mir egal. Dieses Unboxing wird phänomenal. Dieses Unboxing wird das größte Unboxing der Weltgeschichte. Das größte Unboxing seit YouTube existiert. Das größte Unboxing seit das Internet. Da ist er. Oh mein Gott. Das ist das. Unglaublich. QVC kann einpacken. Wir, wir sind die Neuen. Wir erobern das Geschäft. Wir sind, keine Ahnung. We make America great again. That's it. Konntest du aus Amerika? Bestimmt nicht. Okay. Sonst können wir es nicht bezahlen. Ey. Meine. Okay. Wir machen weiter. Der, das kommt hier. Die Verpackung. Sie bekommen die Verpackung dabei. Ja. Es, es heißt nicht. Ja, aber die Teile alleine. Man weiß ja nicht, wie es verpackt ist. Man weiß ja auch nicht, wie der, wie der Zusteller, wie der Zusteller drauf ist. Vielleicht hat der Zusteller einen schlechten Tag. Montag morgens hat, keine Ahnung, wurde von seiner Alten nicht reingelassen am Wochenende und denkt nur, scheiß Paket, auch noch schwer und wirft es. Nein. Wir verpacken das gut. Wir verpacken es. Super gut. Nur für Sie. Nächstes. Die WLAN-Karte. Erstmal uninteressant. Ganz genau. Ich weiß was. Ich weiß, was ihr sehen wollt. Ich weiß es. Ich weiß es. Ganz genau. Ganz genau. Die Palette Duper. Du. Super Shat Scream. That's it. Die Super Shat Scream. Ohne Sch... Ich wollte... Ich... Ich... Sie ist unglaublich. Und... Und... Bevor man sie auspackt... ... ... ... ... Sie ist wunderschön. Sie ist wirklich wunderschön. Hier, einmal in Detailaufnahme. Wo ist die Webcam? Da ist die Webcam. Das ist der Kühler. Das können sie bekommen. Und nein, nicht nur der Kühler. So sieht sie aus. Das ist unglaublich. Und manche fragen sich... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Aber... Palette hat doch eine Golden Sample rausgebracht. Ganz genau. Die Golden Sample ist gelb, rot und nein. Nicht Gold. Nicht Silber. Scheiße. Doch Silber. Aber nicht rot, grün. Nein. So sieht sie aus. Und... Wir machen weiter. Wir machen weiter. Sie denken... Sie wissen alles? Nein. Denken Sie an das Messer. Das Messer. Ja? Das Messer. Man steckt es vorsichtig in die Verpackung. Und gleitet... Gleitet... Butterweich... ...durch die Klebestings. Das ist... Das ist unglaublich. Also so etwas Tolles. Habe ich noch nie gesehen. Wenn das... Keine Unterhaltung ist. Auf einem Freitag. Auf Twitch. Auf einem Creative Channel. Ich... Ist das Creative? Das ist Creative. Ja. Ich kreative was. Ganz genau. Neues Wort. Patent. Danke. That's it. Okay. Wir... Wir öffnen es. Wir öffnen es zusammen. Wir öffnen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Verpackung... Riecht nach Altmüll. Ganz genau. Aber... Das Feeling braucht man. Man braucht das Feeling. Das ist unglaublich. Und... Man kann es. Sie sehen es hier. Man kann es rausziehen. Und was... Was kommt? Oh mein Gott. Die Verpackung ist leer. Die Verpackung... Sie sehen die Verpackung ist leer? Ganz genau. Die Verpackung ist leer. Aber... Sie sehen... Sie sehen das hier? Ich... Ich weiß nicht ob sie... Bitte. 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 Fallen Sie... Halten Sie sich... Setzen Sie sich gerade hin. Halten Sie sich fest. Wenn Ihre Frau neben Sie ist... Sagen Sie... Schatz... Bitte geh raus. Bitte. Gib mir 5 Minuten alleine. Das was jetzt kommt... Ist die absolute Pornobombe. Ich wiederhole mich. Pornobombe. Okay. Und... Das ist unglaublich. Wie schön ist es. Wie schön... Ich hab... Ich kann es nicht beschreiben. Und... Nicht nur das. Sie das hier alles... Sie bekommen das hier mit dazu. Sehen Sie wie dick es ist. Sie können... Sie können sich drauf... Ne? So. Sie können schlafen. Sie können alles damit machen. Sie können es als Kopfkissen benutzen. Es ist... Haben Sie kleine Hunde? Haben Sie kleine Haustiere? Ja? Sie können es... Als... Decke benutzen. Oder... Wenn Ihre Frau etwas älter ist... Und die Brüste schon etwas... Das ist... Der absolute Hit. Man legt es an die Tischkante... Und man kann... Die Brüste da drauf pflegen. Ja! Naturgewebe. Es ist super gesund. Aber ich mach weiter. Ich mach weiter. Sie bekommen sogar... Ein wunderschön... Gelb... Braun... Schwarzen... Acht-Pin-Adapter. Ist das toll? Das ist toll. Das ist toll. Und es hört nicht auf. Das ist das Beste. Es hört einfach nicht auf. Und... Sie... Sie sehen... Sie sehen es hier. Gucken Sie. Gucken Sie genau. Sie sehen es hier. Das ist der absolute... Der absolute... Ultra-Oberknaller. Es ist keine GTX 1000. Keine GTX 1100. Keine GTX 1050. Nein. Es ist eine GTX. Ich... Ich empfehle die Sticker ganz vorsichtig. Es ist... Sage und schreibe... Eine... GTX... Die sehr gut verpackt ist. Eine GT... Die sehr gut verpackt ist. Eine GTX... 1070. Unfassbar. Eine 1070. Und nicht nur... Diese Lüfter... Sie drehen. Sie drehen perfekt. Das ist... Unglaublich. Das ist... Sie bekommen... Sogar ein Back-Panel dazu. Die Backplane ist... Ich warte... Aus... Absolutem... Iridium. Sie hören richtig? Iridium. Ja? Das... Eines der seltensten... Metallen... Der Welt... Genau. Das bekommen sie. Unglaublich. Unglaublich. Das ist... Das ist wirklich... Ich bin den Tränen nah. Ich muss... Ich bin den Tränen... Und... Wir sind noch nicht fertig. Was bekommen sie noch? Eine... Nvidia GeForce. Eine Nvidia GeForce... Graphic Card Quick Installation Guide. Wenn sie da vorstehen und sagen... Aber Daki... Was mache ich jetzt mit dieser Grafikkarte? Mit dieser wunderbaren Grafikkarte? Kein Problem. Sie haben... Dieses Manual... Dieses Quick Installation Guide. That's it. Wir sind international. Und da steht... Nein! Sie bekommen das Update kostenlos. Mit... Englisch... Japanisch... Französisch... Polnisch... Portugiesisch... Rumänisch... Russisch... Spanisch... Türkisch... Und... Deutsch. Ich fass es nicht. Deutsch! Ganz genau. Und wenn sie... Und wenn sie nachgucken... Und... Sie sind... Sie müssen... Sie müssen Deutsch finden. Sie müssen Deutsch... Und da steht es... German... Schnell Installation... Sie wissen ganz genau... Legen Sie die Treiber DVD in Ihrem Blu-ray-Disc oder DVD-ROM-Laufwerk ein. So installieren Sie eine Grafikkarte. Ja? Man schraubt sie nicht auf das Motherboard. Nein! Man legt... Sage und schreibe... Diese... CD ein. Man braucht diese. Man legt diese... Man legt die hier einfach daneben. Mit der passenden... Mit der passenden... CD... Ist sie automatisch installiert. Das ist Technik 2.0. Man braucht sich nicht mehr denken... Oh! Die muss ich... Wie fest drücke ich die jetzt rein? Der Slothalter vom PCI-Express hängt. Nein! Die... Legen diese daneben... Installieren die CD... Und fertig ist es. Fertig ist die Grafikkarte. Und zu guter Letzt... Zu guter Letzt... Ja, wirklich... Bekommen Sie eine... Das ist... Das ist... Ich fass es nicht. Ein Permanent-Tattoo. Ganz genau. Ein Permanent-Tattoo. Für die absoluten... Fanboys unter euch. Anlecken. Auf den Nippel kleben. Ihr seid für immer der Heißest im Club. That's it. Ich... Ich... Ich fass es nicht. Ich... Absolut. Das ist absolut shit nicht. Okay. Wir machen weiter. Wir machen... Wir machen weiter. Das ist nämlich noch nicht alles. Sie denken sich jetzt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gibt es noch mehr? Es gibt noch mehr. Es gibt noch viel mehr. Auch wenn es... Auch wenn es nicht mehr gedenkbar ist, dass es noch mehr gibt. Doch es gibt noch mehr. Ein Moment. Es gibt noch mehr. Und zwar... Dieses... AS Rock Z 170. Sie hören richtig. 170. Wenn ihr Nachbar sagt... Ich habe das neue 150. 150. Und... Ihr Bruder... Sagt... Ich habe das neue 160. Können Sie lachen? Hauen Sie sich auf den Bauch und sagen... Haha! Ich habe das neue... 170. Ganz genau. Das Z. Nicht B 170. Nicht... B... Nicht D 170. Nicht... K 170. Nein. Z 170. Warum Z? Es ist... Die Endstufe. Die absolute Endstufe. Ganz genau. Und... Es ist unglaublich. Es ist ein Unboxing-Erlebnis. Des Sonn dergleichen. Sie... Rufen Sie jetzt Ihre besten Freunde an. Sagen Sie... Oh mein Gott, Walter! Du musst dir diesen Stream angucken. Nimm den Link. Poste ihn auf Facebook. Poste ihn auf Twitter. Teile es in die Welt. Alle müssen kommen. Alle müssen gucken. Und... Das Gewinnspiel. Wo? Keine Ahnung. Was stimmt? Welche Aussage stimmt? War die WM auf dem Mond? Oder... Ist die... Olympiade in Brasilien? Wenn Sie das richtig beantworten, bekommen Sie das ganze Paket. Plus das Messer. Und wir machen weiter. Wir machen weiter. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Das ist eine unglaubliche Brücke. Eine Brücke. Wofür eine Brücke? Sie denken, eine Brücke zum Autofahren? Nein. Eine Brücke, um zwischen den Grafikkarten eine Kommunikationsbrücke zu erstellen. Damit die Grafikkarten genau wissen, was sie zu tun haben. Ganz genau. Brauchen wir die? Nein. Erstmal nicht. Aber wir haben vorgedacht. Wir haben gewusst, Sie brauchen vielleicht irgendwann eine zweite. Und darum. Was ist das? Oh mein Gott. Es ist ein Tütchen. Das absolute Tütchen. Das absolute beste Tütchen. Und ja. Sehen Sie. Es ist eine sehr kleine Schraube. Wofür denken Sie sich, brauche ich so eine kleine Schraube? Ich werde sie doch verlieren. Nein, werden Sie nicht. Darum das Tütchen. Ganz genau. Darum das Tütchen. Wofür brauche ich diese Schraube? Wenn Sie zufällig irgendwann mal eine M2 SSD installieren wollen. Ganz genau. Dann können Sie diese damit festschrauben. Wir haben an alles gedacht. An alles. Egal was Sie damit vorhaben. Das können Sie machen. Was ist das? Sie denken sich, warum ist alles drauf verpackt? Antistatische Höhen. Wenn die Amerikaner oder die Russen jetzt einen EMP-Angriff starten. Ja. Ihre Bauteile sind sicher. Nachdem die Welt untergegangen ist, können Sie ganz in Ruhe alles zusammenbauen. Weil antistatische Höhen. Ganz genau. Das hier, meine Freunde. Das hier. Ist eine Slotblende. Das ist die beste Slotblende der Welt. Und Sie fragen sich, warum ist es die beste Slotblende der Welt? Ich demonstriere es Ihnen. Das Messer. Sie vergessen nicht das Messer? Man steckt es rein. Zieht durch. Es ist offen. Es ist direkt geöffnet. Und Sie gucken. Sie gucken. Das hier. Und deswegen ist es die beste Slotblende der Welt. Sie ist farbig hinterlegt. Ja. Die meisten Slotblenden sind einfach nur silberfarben. Und viele Leute stehen davor und denken sich, oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein USB 2.0 ist silber. Ja, der passt da rein. Mein USB 3.0 ist blau. Was soll ich denn jetzt tun? Ich muss beim Hersteller anrufen. Kein Problem. Sehen Sie? Die USB 3.0 ist blau hinter Licht. Damit Sie genau wissen, da kommt der USB rein. Wir haben an alles gedacht. Wir haben an alles gedacht. Und nicht nur das. Nein. Eine CD ist dabei. Die neuesten Hits von Helene Fischer und Andrea Berch. Produziert von Dieter Bohlen und Michael Wendler. Ganz genau. Das Beste auf dem deutschen Schlagermarkt. Nur für Sie. Exklusiv. Ein Buch. Ein Buch. Das Z170 Extreme 4 Plus. Und das Z170 Extreme 4. Ein unglaublich dickes Buch. Ein unglaublich dickes Buch. Haben Sie das durchgelesen? Dann verspreche ich Ihnen hier und jetzt, dass Sie das komplette Wissen der Weltbevölkerung in sich vereinen. Sie werden das neue Weltwunder. Zahl Pi 3,141 keine Ahnung was. Sie können sie auswendig bis zur letzten Stelle. Versprochen. Lesen Sie das Buch. Was haben wir noch? Ein. Oh mein Gott. Ein dünneres Buch. Die fragen sich, warum ein dünneres Buch? Ganz genau. Das ist der Software Guide. Ja. Weil man ist nicht immer nur hart. Man ist manchmal auch soft. Weiter geht's. Weiter geht's. Dieses Unbox-Feeling. Man kann es mit einem Finger, Sie sehen, mit einem, mit dem kleinen Finger, hochheben. Ohne Probleme. Und ich bin nicht der stärkste Mensch. Nein. Sie können. Es hört gar nicht mehr auf mit den Überraschungen. Was ist das? Noch mehr Kabel. Ganz genau. Damit können Sie Ihre Festplatten anschließen. Und noch mehr Festplatten. Sie fragen sich, wie viele Festplatten? So viele Sie wollen. Unendlich viele Festplatten. Das ist unglaublich. Das ist... Und nun kommen wir zu dem absoluten... Ich bin... Ich bin... Ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Wie toll es einfach nur ist heute. Wenn meine Mama das sehen könnte, sie wäre stolz. Sie würde sagen, mein Sohn hat es endlich geschafft. Der Verkäufer des Jahrhunderts. Ganz genau. Darkie, der Verkäufer des Jahrhunderts. Hashtag Darkie, der Verkäufer des Jahrhunderts. Ganz genau. Und ich zeige es Ihnen. Das hier. Alles. Es ist gegen den EMP-Angriff der Russen und Amerikaner gleichzeitig geschützt. Das ist unglaublich. Das ist... Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Aber das ist unglaublich. Wieso machen wir das hier? Nur für Sie. Nur für Sie. Ich könnte... Ich könnte... Ich könnte auch auf den Bahamas liegen. Ja. Mit meinem Lamborghini und mit meinen acht Frauen zu den Bahamas. Ja. Aber nein. Ich habe mir gedacht, Darkie, du bist es deinen Fans schuldig. Du bist es deinen Fans schuldig. Ja, richtig. Fans. Weil ihr mich liebt. Warum liebt ihr mich? Keine Ahnung. Aber genau das ist das Schöne. So. Wir machen weiter. Der zweite Sticker. Der unglaubliche zweite. Das ist... Es ist so stark verpackt, dass... Man... Man glaubt es... Man glaubt es kaum. Das... Das Unboxing-Feeling. Wenn Sie es... Wenn Sie es erhalten, das ist unglaublich. Sie werden es einfach nicht mehr los. Sie werden nachts davon träumen. Sie wachen nachts auf, schreien und denken, ich muss diese Sticker lösen. Ganz genau. Ganz genau. Und wenn Sie das gelöst haben, dann... Nein. Sind Sie nicht durch. Ich habe mich selbst wieder zugeklickt. Einen Moment. Einen Moment. Aber... Keine... Nicht verzweifeln... Das Messer hat. Wer hat das... Wir haben das Messer verloren. Regie. Wir brauchen ein neues Messer. Ganz genau. Wir können auch... So. Es kann weitergehen. Und... Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ganz genau. Es ist geschützt. Wie Sie... Oh mein Gott. Ist das wunderschön. Es ist so wunderschön. Ich kann es... Ich kann es kaum beschreiben. Ich kann es kaum... Das ist... Das ist... Der absolute Traum eines Mannes. Eines wahren Mannes. Wir können... Dicke Mammutbäume... Mit den Zähnen zerbeißen. Unglaublich. Unglaublich. Das ist... Die... Endspitze. Darum das Z. Nicht ein A. Nicht ein B. Nicht ein C. Nicht ein D. Nicht ein E. Nicht ein F. Ein Z. Ganz genau. Ein Z. Das... Ist... Die absolute... Ultimative Spitze... Des Vulkans. Ganz genau. Aber... Sie denken sich... Oh mein Gott. Wie soll es bloß noch weitergehen? Es gibt noch weiter. Es wird immer weitergehen. Wir sind noch nicht fertig. Diese Sendung... Verschiebt sich bis... 2018. Okay. Ich habe das Meister wiedergefunden. Die Regie hat mir ein zweites gebracht. Dankeschön Regie. Wir sind... Wir sind damit durch. Ja. Aber... Wir haben noch viel mehr. Wir sind... Wir sind lange noch nicht fertig. Was haben wir noch? Wir haben... Ein Moment. Wir haben... Sie sehen... Wie Sie sehen... Sehen Sie nicht. Die Kamera ist... 9 plus Ultra. 4K war gestern. 8K. Sie sehen... G-Skill. Ganz genau. G-Skill. Wie schon gesagt... DDR4. 16 GB. 2400 MHz. CL-15. Wofür das 15? Keiner weiß es genau. Doch... Ist zu schwer zu erklären. Ganz genau. Sie sind schnell. Sie sind nicht nur schnell... Sie sind auch noch wunderschön. Und wie öffne ich diese Verpackung? Das ist die einzigste Verpackung... Die Sie haben. Ohne Messer. Mein Handy vibriert. Mein Instagram explodiert. Freunde... Ich muss Fotos machen. Ich weiß nicht warum. Aber... Ihr seid auf Instagram. Und ich... Bin für euch da. Wir öffnen das zusammen. Diese Verpackung können Sie ganz einfach... An den Ecken... Auseinanderziehen. Sie hören es? Ich wiederhole es für Sie. Sie können es. Ganz einfach. Öffnen. Pop. Offen. Pop. Offen. Das ist... Unglaublich. Bleib ernst. Ganz genau. Bleib ernst. Und... Diese... RAM-Bausteine... Sind... Wunderschön. Wunderschön. Sie sind schwarz. Sie sind rot. Und von unten... sind sie Gold. Das Beste... Das Beste... des Jahrhunderts. Und Sie haben nicht nur einen. Nein! Sie haben zwei. Zwei davon. Ganze. Zwei Stück. Warum zwei Stück? Zwei ist besser als eins. Zwei ist besser als eins. Ganz genau. Zwei ist besser als eins. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen will. Die Redaktion hat wirklich an alles gedacht. An alles gedacht. Das ist... Das ist unglaublich. Und wie... Ich finde mich auf Twitch-Pails wieder. Ich wollte es nur... Und... Nein! Sie bekommen... ein wunderschönes... Feel the speed... with AEGIS Gaming DDR4. That's the best way of everything. Und... Sie bekommen ein Sticker. Der Sticker. Der G-Skill Sticker des Jahrhunderts. Das ist das Beste... Überhaupt. Kill of Furious. This is unboxing. Have fun, honey. Have fun. Ha! Okay. Okay. Das ist der beste Sticker. Er ist nicht gelb. Er ist nicht blau. Er ist nicht grün. Nein. Er ist rot. Ganz genau. Rot. Rot ist die Farbe für Aggressivität. Rot ist die Farbe für den Gewinn. Rot ist die Farbe... unseres Computers. Ganz genau. Sie haben aufgepasst. Und wir machen weiter. Sie wissen, dieser... Er liegt hier immer noch. Für Sie bereit. Sie müssen nur anrufen. Rufen Sie jetzt an. Und wir machen... etwas weiter. Can I put that sticker on my head? Ja! That's it! Because... If you put it on... You're the sexiest honey of the world. Of the entire universe. That... Every human will come to you and say... Damn! 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 You're so sexy! Weiter geht's. Das, meine Freunde. Wie schon erzählt. Das hier... Ist die... Oh mein Gott! Das hier ist die... TP-Link. PCI Express... WLAN... Warum WLAN N? Wieso kein AC? WLAN N ist in 103% aller Haushalte verbreitet. Ja, AC ist schneller. Man braucht kein AC. Das 5GHz-Netz hat eine kurze Reichweite. Und es wird sie nicht erreichen. Egal wo Sie den Computer hinstellen. Mit diesem... Mit diesem haben Sie überall empfangen. Sie sind am Brandenburger Tor? Haben Ihren Computer dabei? Kein Problem. Mit dieser Karte können Sie sich locker von Berlin bis nach München verbinden. Per WLAN. Ganz genau. Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Aber Sie werden es erfahren. Wir öffnen es. Zusammen. Zusammen. Wie geht es offen? Einfach das Messer... Sie sehen. Das Messer hier rein. Durchführen. Weglegen. Vorsicht. Man kann sie sich schneiden. Und ganz vorsichtig. Wirklich. Sehr vorsichtig. Alles abstreifen. Sie müssen es abstreifen. Vorsichtig. Als wenn Sie Liebe machen wollten. Sie sehen. Vorsichtig abstreifen. Ganz vorsichtig abstreifen. Yeah. Because I like it. Oh. Okay. Mit viel Gefühl. Wie schon mit dem Computergehäuse. Bitte vergessen Sie das nicht. Und ja. Es ist geöffnet. Ich öffne es. Für Sie. Für... Für Sie. Diese Verpackung ist nicht leicht zu öffnen. Warum? Weil es aus einem Hochsicherheits-NSA-CIA-FBI-Gebäude zu uns gesichert. Geschickt wurde. Der Lieferant musste seine Hand da lassen. Weil er Schlüssel mit hat. Aber es ist kein Problem. Ich öffne es für Sie. Ja. Und was ist drin? Sie fragen sich. Was ist drin? Nein. Nicht die Hand. Nicht die Hand. Sondern jede Menge tolle Sachen. Eine CD. Ein Quick Installation Guide. Ein Please don't crush the Müllei machen. Und noch ein Quick Installation Guide. Und was ist noch? Eine Telefonnummer. Eine Telefonnummer. Ganz genau. Eine Telefonnummer. Rufen Sie an. CE 1588. CE 0700. Die Leitungen sind jetzt für Sie frei. Und was haben wir? Zwei kleine Pinöppels. Wofür sind sie? Wofür sind diese Pinöppel? Ich weiß nicht, wofür sie sind. Aber man kann unglaublich. Sie wissen nicht, was sie auf Karneval anziehen? Kein Problem. Setzen Sie sich auf den Kopf. Sie sind ein Insekt. Machen Sie so. Sie sind ein Transponder. Ich habe keine Ahnung. Aber es geht weiter. Dies, meine Freunde. Dies. Ist unglaublich. Es ist unglaublich. Hier steht, Observe Precaution for Handling Electrostatic Sensitive Devices. Der EMP-Angriff der Amerikaner und Russen ist sicher. Jedes Bauteil wird überleben. Es ist geöffnet. Es ist geöffnet. Und es ist unglaublich schön. Es ist unglaublich schön. Der Hersteller hat nicht nur einen silbernen Chip verwendet. Nein. Einen wunderschönen Grünen. Ist das? Das ist toll. Das ist Kunst. Das ist das, wo andere Leute anfangen zu schreien, zu weinen, wegzurennen. Hysterie. Massen Panik. Wegen Stickern. Wegen wunderschönen Stickern. Ganz genau. Und Sie bekommen einen. Kann man diesen Typen abstellen, den Sie gerade sehen? Nein. Es ist vorbei. Haben Sie eingeschaltet? Sie sind gefangen. Für immer. Aber es ist gut. Es ist schön. Wir machen weiter. Mein Schreibtisch ist gleich voll. Es ist kein Problem. Für Sie habe ich Platz in meinem Herzen. Ganz genau in meinem Herzen. Nur für Sie. Wir machen weiter. Es ist noch lange nicht vorbei. Das hier. Sie senken sich. Was ist das? Es ist sturzsicher. Sturzsicher. Es ist mit einem braunen Verpackungsband. Ja. Dafür das Messer. Sie sehen. Sie sehen. Oh. Mein Gott. Das ist unglaublich. Wie Sie sehen. Sie schneiden wie Butter durch. Wie Butter. Es ist unglaublich. Und Sie können es danach so oft kochen. Ganz einfach. Und was bekommen Sie? Das nicht. Nein. Sie bekommen eine Antistressfolie. Eine Antistressfolie. Warum Antistress? Genau deswegen. Man fühlt sich nach einem Poppen. Nach einem Poppen. So viel entspannter. Nach dem zweiten. Ist es fast so schön. Wie kaum wahr zu sein. Und nach dem dritten. Der Zauber. Es ist unglaublich schön. Sie bekommen 800 Quadratmeter. Dieser Folie zugeschickt. Ja. Und wir machen weiter. Was ist hier drin? Denken Sie sich. Das gleiche Kabel. Wie gerade. Nur in Rot. Warum Rot? Farbwechsel sind wunderschön. Ein Adapterkabel. Von 4 Pin Molex. Auf. Schwarz. Warum. Auch immer. Sie bekommen. Eine. Disc dazu. Einen. Unglaublichen. Man kann es sich nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen. Ich zeige es Ihnen. Das ist der Media Suit 1.0. für Blu-ray. All you need to enrich your digital life. Das hier. Meine Freunde. Ist. Der absolute Bringer. Vergessen Sie Adobe. Vergessen Sie. Alles was Sie jemals kannten. Vergessen Sie. Sony Vegas. Vergessen Sie. Becker. Data. Media. Keine Ahnung. Das ist der Schlüssel zum Glück. Und was brauchen Sie noch zum Schlüssel zum Glück? Ganz genau. Einen. Schwarzen. Blu-ray Player. Richtig. Einen Blu-ray Brenner. Entschuldigung. Ich habe mich kurz versprochen. Entschuldigung. Das hier. Ist das Beste. Überhaupt. Das hier. Ist ein. Modell. BH. Ganz genau. BH. 1, 6. MS. MS. 55. Wie Sie sehen. Sehen Sie nichts. Ganz genau. Ultra HD 4 8K. 8K hoch 4. Rechnen Sie es aus. Das ist unglaublich. Und. Sie bekommen. Weil wir es so gut meinen. Ein. Nicht ein. Sondern zwei. Packung Schrauben. Ganz genau. Acht Schrauben insgesamt. Nicht weil wir uns vertan haben. Nein. Weil wir wissen. Wenn Schrauben fehlen. IKEA. IKEA. Die Schweden. Die sind schuld. Die sind schuld. Ganz genau. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir müssen es zusammenpacken. Sie wollen es bekommen. Sie werden es haben. Das ist das Unglaublichste des Unglaublichsten. Mein Schreibtisch sieht aus wie Fick. Aber das ist kein Problem. Wir machen es für Sie. Wir machen es mit im Brummst. Für Sie. Und. Wie schon gesagt. 18.000 Quadratmeter Folie. Ja. Sie werden sich danach gut fühlen. Sie werden sich danach gut fühlen. Und. Das ist eine ernste Sendung. Eine ernste Übertragung. Bitte nehmen Sie das alles ernst. Ganz genau. Und. Sie denken sich. Wir hatten doch schon so etwas. Nein. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Sie müssen. Mit dem Messer. Ganz genau. Mit dem mitgelieferten Messer. Das Messer legen wir auf die Verpackung. Wenn es in der Verpackung. Sie kennen es selbst. Sie kaufen sich eine Schere. Weil Sie zu Hause stehen und nichts öffnen können. Und wie ist die Schere verpackt? Ganz genau. In einem Material. Was Sie aufschneiden müssen. Warum? Macht der Hersteller das. Genau. Es ist Satan. Satan ist es. Der Sie verrückt macht. Der Scheren einpackt. So. Dass man eine Schere bräuchte. Um sie aufzumachen. Ganz genau. Und wir sind anders. Wir legen das Messer oben drauf. Für Sie. Damit Sie direkt mit dem Auspacken anfangen können. Und wie Sie sehen. Sie sehen. Es ist unglaublich einfach. Mit diesem Messer Hand zu haben. Das ist unglaublich schön. Das ist so schön. Ich werde meinen Enkelkindern noch davon berichten. Ja. 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 Ganz genau. Das. Meine Freunde. Das. Nennt man auch. Unter Experten. Die den kleinen Finger ganz hoch halten. Datengrab. Ganz genau. Und Sie sehen hier. Sehen Sie es? Da. Diesen kleinen. Diesen kleinen Nippel. Ja. Der ist dafür da. Damit Sie. Ganz genau. So einfach ist es. So einfach ist es. Das ist unglaublich. Das ist. Das ist unglaublich. Ich bin. Ich muss mich beruhigen. Freunde. Das hier. Oh mein. Haben Sie es. Haben Sie es gesehen? Dieses Päckchen. Dieses Päckchen ist das beste Zeug auf dem internationalen Markt. Do not eat. Do ye. Do ye. Dieses Zeug nennt sich Do ye. Do ye. Sind kleine Kristalle. Unglaublich. Aber zurück. Das hier. Das hier. Ist eine Western Digital. Genau. Aus Texas. Darum Western. Eine Western Digital. Frisch aus Texas. Ein Terabyte HDD. Mit. Halten Sie sich fest. Nicht mit 5400 Rotations per Minute. Nein. Mit 7000. Oh mein Gott. 7200. 200 Umdrehungen pro Minute. Das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben. Ja. Wir könnten. Wir könnten aufhören. Ja. Wir könnten wirklich aufhören. Das ist so toll. Das ist so unglaublich toll. Man könnte aufhören. Ja. Man könnte wirklich aufhören. Es weiß kein Mensch mehr. Was. Noch zu toppen wäre. Aber. Wir sind nicht fertig. Wir wären nicht die. Wenn wir nicht die wären. Richtig. Willkommen bei Daki. Freunde. Willkommen bei Daki. Das Leben ist ein Ponyhof. Man muss nur Spaß dran haben. Ganz genau. Und das wird unser Motto. Daseschön. Untertitelung. BR 2018